Genau an dieser Stelle hat Florian Wörner, zum Zeichen seiner Demut, sich schon einmal zu Boden gelegt. Vor 15 Jahren ist er hier zum Priester geweiht worden, zusammen mit acht anderen. An diesem Tag liegt er allein vor dem Altar, denn in wenigen Minuten wird er neuer Weihbischof für die Diözese Augsburg sein. Rund 1700 Gläubige, unter ihnen auch viele Weggefährten aus der oberbayerischen Heimat Wörners, werden Zeuge wie Bischof Konrad Staser und nach ihm die anderen anwesenden Bischöfe durch die Handauflegung die Weihe vollziehen. Damit, so glauben die Katholiken, wird die Gabe des Heiligen Geistes verliehen, die schon die Apostel von Christus erhalten haben. Durch diese Handauflegung wird das Weihe-Sakrament in seiner ganzen Fülle übertragen. Die ununterbrochene Aufeinanderfolge der Bischöfe wird dadurch gewahrt. Versehen mit der Kopfbedeckung der Oberhürden, der Mitra, ist das Pfarrer Wörner, Weihbischof Wörner geworden. Und mit jedem der nun gratulierenden Mitbrüder verbindet den jüngsten Bischof Deutschlands eine Geschichte. Weihbischof Josef Grün war zum Beispiel, dem er im Amt nachfolgt. Altbischof Viktor Josef Dammerz, der ihn vor 15 Jahren zum Priester weihte. Auch Altbischof Walter Mixer war da. Er hatte 2006 Florian Wörner zum Jugendseelsorger der Diözese gemacht. Die Ernennung durch Benedikt XVI. war vor gut acht Wochen bekannt gegeben worden, hier die Urkunde des Papstes. Seitdem war alles auf diesen 28. Juli ausgerichtet. Ich sage danke meiner Familie, meiner lieben Mutter, meinen beiden Geschwistern und ihren Familien, die möglicherweise in den letzten Tagen und Wochen auch ein wenig nervös und aufgeregt waren, so wie ich. Aber jetzt haben wir es geschafft. Der neue Weihbischof soll sich im Bistum vor allem um die Jugend und die Neuevangelisierung kümmern. An Arbeit wird es ihm nicht mangeln.